Team Recycled! Hallo liebe Leute, wir sind Team Recycled! Und nicht nur beim Fußball geht es um den Kampf um den Weltmeistertitel, auch beim Tanzen sind wir dabei, denn wir mit Team Recycled, die Multi-Kulti-Truppe aus Berlin hier mit 24 Tänzern, hat sich für die Weltmeisterschaft in Phoenix, Arizona qualifiziert. Und ihr könnt euch vorstellen, das Ganze ist relativ teuer, mit Transport, mit Unterkunftskosten, mit Startgebühren, alles pipapo. Und deswegen brauchen wir jetzt eure Hilfe. Wir starten eine Crowdfunding-Auktion, bei der ihr mitmachen könnt. Wie ihr das macht, das seht ihr hier im Link oder in der Beschreibung oder wie auch immer. Also Leute, wir brauchen euch, Germany braucht euch. Let's go! Let's rock this! Eine Minute